So, und da sind wir zu einer weiteren Folge von Tropicco 6 hier auf dem Kanal, Let's Play. Und da sind wir ja jetzt hier ganz gut dabei, mit den Lagern die voll sind, finde ich nicht so schön. Also das nächste Geld, was kommt jetzt mal an Transport, wo es scheint, setzen? Ah, wir sind so einfach. Hun...hundert? Jo, beruf ruhig dich! Es gab einige Möglichkeiten, nichts Illegales. Naja, was ist das, was dir bewiesen werden kann, dass es Gesetze bringt? Ne, mich. Ich kann die zwar noch nicht bauen, äh, bauen, aber... Wir haben ein Stahlwerk und ich glaube Gummi stellen wir hier. Gummi ist ja auf Plantagen, ich weiß nicht, was wir irgendwo haben. Hier Gummi, genau. Schon ein Gummi fällt. Ähm, geht das halt jetzt. Ich hab' nicht mehr in der Botschaftsersaison brauchen wir, da haben wir was. Ne. Ne, aber ist ruhig. Fizientum 55. Ok. Okay. Halt runter. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Beschlossen abgetan. Okay, wenn das Bühne noch so hoch ist. Ah. So sch... Tinker. Eh, ne, 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 ne. Tinker ist gar nix. Ähm. Ich hoffe es. Das ist ein Bananen. Nee. Ich schütze hier auch einfach voll. Boah, inzwischen lagern wir Fisch oder was? Kann man den Fischereihafen müssen wecken? Wieso? Ja. So. 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 Ok. So. Okay. So. Vielleicht denken wir nicht, was ich handeln würde. Ich fühle das wahrscheinlich schon wieder hier voll. Oh Gott, ne. Die kommen jetzt weg. Ich habe jetzt keine Fischereihilfe mehr. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts bei dir bewiesen kann, dass es gesetzt wird. Da ich eh in Richtung investieren muss. Nämlich? Hm. 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 Nur einmal? Okay, dann warte ich dann bis ich das habe. Was sieht so weit aus für alle. Ähm. Geld? Okay. Ähm. Geld? Ähm. Ähm. So. Das ist genau eine Bauerin. Super. So wollte ich was. Okay, ich muss dann hier halt mal wald, ne. So was zu wechseln, sobald es geht. Das ist ja so gut aus. Die Welt dankt Ihnen. Ihre Standhaftigkeit ist ein Stützpfeiler der Freiheit. Jo. Festmächter. Äh, äh. Nee. Ähm. Achso, nee, nee, nee. Westbro, Westbro. Na, na, raus damit. Das. Hm. Das ist ein Stützpfeiler. Wer hat, ja gut. Äh. Äh. Das ist ein Stützpfeiler. Ah, Geld, 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 das muss ich wechseln. Ja, mach! Bruchteile oder einfach andere Sachen. Alles außer Fisch. Jetzt rüchte die Geld, hat man eh immer so wenig. Soll ich jetzt einfach eine Wahl? Okay, machen wir so. Natürlich, dass das so viel reinkippt hier. Das sind Sachen wie Öl. Die Rebellion, der einen spontanen Wettbewerb für sich entscheidet. Sie besiegt denn die riesige Staatsgewalt mit einem Vorsprung von zwei Mauern? Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Hotel? Ich muss kein Hotel bauen. Dann hauen die mir ansonsten ab. Das kann man so schnell machen. Das ist schon für einllykollnis. Oh Mann! Hotel! Hotel! Ja, ich will noch gar nicht in den Tourismus reingehen. Das muss ich jetzt wohl. Wenn der Tourismus ganz oft keinen Fall mehr reden sie sollte. Das muss ich jetzt erstmal setzen. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ah, halt schon, okay. Achso, da wird eine... Okay. Ändern halt schon, ne? Schon aber auch klappt. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Ja, meine ich. Gebäude besuchen. Herr Presidente, wo bist du? Warte mal. Ne, hier. Wolltet... Nein, 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 nein. Das will ich nicht. Äh, Elf Presidente. Gebäude besuchen. Ja, auch meine. Glaubenszufriedenheit. Äh, nee, die Westen sind schuld. Ich... Warum den Westen? Keiner. Versprechen halten. Nichts. Weder halten. Machen. Hm. Der Palast ist schöner als dieser. Ich werde Geschichte schreiben. Mit der Hand, wenn nöt, folgt mir nach. Das muss jetzt hier irgendwie funktionieren. Ich brauche deren... Die sollen mich abhauen. Das wäre scheiße. Hm. Hm. Wie ist das? Helle, warte, Vorgänge. Gut. So finde ich das. Ist offen und was? Loben? Dann kann ich ja nicht loben. Es gab alle Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts bei dir bewiesen werden kann, dass es Gesetze bedeutet. Lass dich sein. Ja, mich auch. Mal fliegen. Ich schieße immer. Ich ziehe nach wo ich erst mit. Sechsss. Sechsss. Hm. Ich muss schon überleeren, aber wahrscheinlich. Was ist denn das? Reißen. Reißen. Und dann gehst du mal. Die Höhle endlich mit Gottscheuse. Nein, der ist... Die Wahl, da kann ich ja... ...omschein.... Sprechen irgendwelche dieser Angebote sie an? Sie sind alle... völlig legitim. Was muss ich machen? Glaubenszufriedenheit! Böschel, Böschel. Kann ich schon eine Alte Trader bauen? Alte Trader, ja auch nicht. Boah! Das sollten wir jetzt hoffentlich nicht nachstellen. Ich würde mich nicht drücken. Oh, Piri-Technik. Macht. Oh, Piri-Technik. Was ist gut, diese Tandose? Mhm. Ja, 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 ja. Wir erhalten Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was brauche ich, dass er im Haus erhebt. Das sind sicher Ruh. Da können wir warten. Was ist gut. Aber das ist gut. Und das ist gut. Es ist gut. Ich habe einen Baum. elektrifizieren würde ich auch mit dem Blattnussich erst mal ähm wo ist das? ich bin ein Mensch krank muss ich auch mit dem Blattnussich durch aufbauen das ist ein Typ so dann erwischen hier hier ist ja jetzt die Freifläche sehen dass da ein Blatt geschlossen ist ich bin grad mit anderen Dingen beschäftigt Unterhalt wir können uns mal zusammen spielen der Gefahrsflussungsbaum und 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 Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, laft ein Like und ein Dada und bis zum nächsten Mal.